Wir haben für unsere Verantwortung innerlich immer wieder neu die Hand auf die Fahne gelegt und uns an Maßstäben orientiert, die uns das Gesetz, der Einsatz und das Gefecht zwingend vorschreiben. Wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es Menschen braucht, die sagen nicht die. Wir sind Kinderglaubenssicht gewahrt. Mit einer reinen, unbefleckten Wurst und ihm, dass wir nicht da einer Welt zu lieb waren, wie er als Kind geträumt hat, bis auf den letzten Tag. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber über die Güte der Truppe selbst entscheidet letztlich die Bereitschaft der Verbände zum selbstlosen Dienst, die Befähigung zum Kampf und der tapfere Einsatz des Lebens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020